hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge badwars auf meinem kanal heute immer wieder 8x1 alleine und natürlich ein bisschen später was heißt natürlich aber mal wieder ein bisschen später das video einfach weil ich momentan irgendwie nicht die zeit finde vorzumroduzieren ich weiß auch nicht entweder verpenn ich es oder ich fehle beim bauen entweder verpenn ich es oder ich habe echt einfach keine zeit vorzuproduzieren und ja ist gerade irgendwie ein bisschen mies die situation dass ich das jedes mal erst am selben tag fertig kriege naja ich würde jetzt erstmal gern ein nachbarsbett bekommen also hier ist es eingebaut nein perfekt so sofort weiter zum nächsten gegner heute mal wieder mit der handcam ich muss einfach kurz auf teamsweek antworten damit werden wir dann auch wieder ingame und das nächste bett gehört uns auch nein so scheint ehrlich eine schnelle runde zu sein die wir spielen unser bett steht immer noch welches bett fehlt denn jetzt noch das orangen ist weg das ich bringe mich jetzt um das ist mir zu gefährlich ich habe keine ahnung welches bett noch ja das steht noch hallo so ok da kommt aber keiner ne ne hä der grüne lebt auch noch da ist jetzt gleich der lila ne wahrscheinlich ach ultra strange ey keine ahnung da fehlen wir das lila ne bit sollten wir jetzt haben können wir mal nach unten gehen solange wenn er mich jetzt bekommt dann heuerlich ist aber nicht der fall und der andere hat nen weg in die mitte jetzt wird das nicht mehr lustig ok ja dann würde ich sagen war es noch eine schnelle runde aber ich habe jetzt nicht wirklich viel mehr zeit deswegen würde ich sagen beenden wir einfach das video und wir sehen uns auf jeden fall morgen wieder haut rein und ja chill mit dir hin 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 Vielen Dank.